Leute, wagt auf! Kubikow? Was ist denn hier los? Warum sind wir gefesselt? Sind wir wieder in einem Pub-Gefängnis? Wie oft soll das passieren? Wer macht es denn immer? Aber eines weiß ich aus der Erfahrung der Pub-Gefängnisse. Man kann aus denen rauskommen. Seid ihr schon lange wart? Seit einer halben Stunde? Ich kann mich wieder an nichts erinnern. Warum tragen wir verschiedene Kostüme? Warum sind wir in verschiedenen Zellen? Warum habt ihr eine Toilette und wir nicht? Aber wir haben ein Waschbecken, ne? Wie waschen wir uns die Hände? Jungs, lasst uns so machen. Wir geben euch Wasser und ihr gebt uns Toilette. Okay. Ha! Ha! Okay, Leute, wir sind ein Team. Wir werden uns nicht verirren. Wir werden aus jeder Situation einen Ausweg finden. Was habt ihr noch interessantes hier? Schauen wir uns mal um. Wir haben hier eine Art Holler. Leute, habt ihr einen Weg nach draußen gefunden? Darum habt ihr einen großen Slough. Das ist ein Ventilator, aber er hat scharfe Klingen. Ich glaube, wir können da nicht rauskommen. Echt nicht. Das geht nicht. Und wenn man da Matrassen reinlegt und es aufhält... Er wollte ihn doch durchschauen. Also, was haben wir? Wir haben eine Art Gitter hier. Da sind noch andere Gefangene drin. Oh! Leute, man, diese Kette macht mir Angst. Man, warum habt ihr auch nicht eine? Vielleicht gibt es irgendwie spezielle Aufsicht über uns. Leute, man, hätten wir sie abzunehmen. Was soll ich tun? Sie macht mich wahnsinnig. Das geht doch nicht. Die ist super stark. Okay, schaut mal. Hey, da ist noch ein Waschbecken. Mal sehen, was da drin ist. Sieht aus, als wäre das Wasser abgestellt worden. Verdammt, Leute. Ich glaube, wir haben nicht mal ein Waschbecken. Funktioniert wenigstens eine Toilette. Ja, alles funktioniert. Oh Mann, habt ihr Glück. Eine Art Tür oder so. Drähte, Rohre. Schaut mal hier. Da sind ein paar Zylinder drin. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Kühlwassertank. Verstehst du? Ein Freezer. Kühlt sofort auf minus 45 Grad ab. Ich habe eine Idee, wie wir die Fesseln abkriegen. Wir kühlen die Kette ab, sie wird brüchig und wir brechen sie einfach ab, Alter. Lass uns versuchen. Ich glaube, wir haben einen ersten Schlüssel gefunden. Wirklich? Das ist so genial. Alle Gegenstände, die gekühlt werden, werden brüchig. Schaut zu. Frust. Na, wieso benutzt sie abzureißen? Mach schon. Eins, zwei, drei. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Fesseln durchgebrochen. Kommt schon, kommt schon. Berat euch. Es ist kalt. Seht euch das an. Es schneit wirklich. Und? Jetzt sind unsere Flugchancen höher. Lasst uns die Eis in Kälte bei Wonders nutzen. Sie ist eine sehr wertvolle Ressource. Willst du etwas? Nein? Wartet mal. Wenn das Metall brüchig wird, vielleicht werden dann ja auch die Metallstäbe brüchig. Leute, jetzt werden wir versuchen, dieses Gitter mit Hilfe von diesem Freezer zu zerbrechen. Das ist wie Schweißen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Der Prozess ist im vollen Gange. Ich kann schon sehen, wie die Stäbe gefrieren. Bevor es heiß wird, müssen wir ihn von unten holen. Ein Freezer aus einer kleinen Duse. Mit so einem Ding kann man direkt verschiedene Gegenstände einfrieren. Nice! Wow! Die Leute sehen so aus, dass wir es geschafft haben. Und wir? Das war's, Leute. Ihr müsst jetzt auch noch einen Weg suchen. Dann gib uns doch das Spray. Dann machen wir das selbe. Das war's. Der Slayer glänzt. Wir machen noch den Weg. Und wenn etwas, kommen wir zurück und freuen euch. Aber ihr müsst versuchen, trotzdem selber rauszukommen. Lass uns gehen. Denkt selber an. Ciroga, ich hab's. Wir müssen einfach alleine rauskommen, ohne Hilfe von irgendjemandem. Wir schaffen das schon. Okay, sehen wir uns mal um. Ciroga, warum durchbrechen wir dich einfach das Gitter und gehen hinter ihn her? Naja, versuchen wir es. Es sieht sehr dick aus. Nicht wie Iris. Ja, in der Tat. Es wird wohl wirklich schwer zu durchbrechen sein. Betten, Schubladen, Toiletten. Und was ist in der Schublade? Warte mal. Wie können wir das machen? Nur wie? Weg damit. Schau, es ist wirklich weggespült. Hinter uns ist noch ein Ventilator. Es gibt wahrscheinlich nur einen Ausweg. Und das ist nach draußen durch den Ventilator. Da unten gelangen wir in den Lüftungsstacks. Und ich glaube, da ist der Ausgang. Aber wir müssen nur verstehen, wie wir die stoppen können. Wir. Oh, Glenn, sieh mal. Ich werde jetzt etwas versuchen. Ah, ah, ah. Was, was machst du da? Was soll das denn sein? Ah, du hast mich einfach nur reingelegt, Mann. Ah, ja. Das reicht. Mach keinen Unsinn mehr und überleg dir, wie wir hier rauskommen können. Wirklich. Ciroga, schauen wir uns nochmal um und versuchen etwas zu finden, das uns helfen kann, den Ventilator aufzuhalten. Ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir dieses Seil nehmen und es um den Ventilator wickeln? Dann hält er an. Ja, lass uns das mal versuchen. Mal sehen, wie lang es ist. Wow. Ich glaube, diese Länge sollte reichen. Versuchen wir es. Ciroga ist Unerfinder. Oh. Puh. Was? Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass das funktioniert. Aber es hat echt funktioniert. Oh mein Gott, Ciroga, du bist so klug, Mann. Tut mir leid. Ciroga, hör mal zu. Ich habe einen Vorschlag für dich. Was ist das? Hör mal, du bist jetzt schon lange auf dem Kanal, A4. Aber du hast die Zuschauer noch nie gebeten, deinen Kanal zu abonnieren. Das wäre doch nur gerecht, wenn du das mal machst. Stimmt doch. Das ist etwas, was ich schon lange tun wollte. Leute, hier seid ihr, die ihr gerade zuschaut und bei euch leuchtet der rote Abo-Knopf. Klickt bitte sofort drauf, denn ich könnte aus dem Kanal geworden werden. Und alles nur, weil du nicht abonnierst. Bitte drücke den roten Knopf. Ich bitte dich nur einmal. Das war's. Es ist erledigt. Ich habe Vertrauen in sie, wir können weiter... Und werden sie nicht abonnieren? Sie werden. 100%. Okay, dann können wir gehen. Los. Mal sehen, was auf uns zukommt. Wie mutig Ciroga das macht. Richtig gut, Mann. Wirklich. Warum lacht ihr? Ihr seid hinter Gitter und wir sind hier. Wer seid ihr? Wir sind da rausgekommen. Wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wir erinnern uns an gar nichts, aber wir tragen diese gestreiften Sachen. Und wir wollen hier raus. Und ich kann euch auch helfen, wenn ihr mir auch helft. Der Designer dieses Gefängnisses hat mich hier reingesetzt. Er hat mir gesagt, wie es geht. Wie man kommen kann? Ja. Oh, nützliche Information. Nun, dann lass uns einen Deal machen. Sie geben mir zuerst ihr Wort, dass sie meine Bedingungen erfüllen werden. Nun, es gibt nichts mehr für uns zu tun. Wir können nicht zurückgehen. Verstehst du? Ja, richtig. Ja, das werden wir. Was muss getan werden? Also hör zu, es gibt einen Durchgang hinter dieser Wand. Wenn du sie auseinandernimmst, kommst du in den Korridor. Der Korridor führt in den Kontrollraum. Sie öffnen zuerst meine Zelle, Nummer 31. Hast du sie? Nummer 31, ja. Sobald du meine Zelle geöffnet hast, kommst du raus. Wenn du es nicht tust, werde ich dich verraten. Und? Alles klar? Okay. Ja, ich stimme dir zu. Ich habe verstanden. Zelle Nummer 31. Gebär jetzt. Verrückte Leute. Beruhig dich mal hier. Oh, er ist der Ältere. Ihr müsst ihm zuhören. Zelle 31, lass uns durch die Wand gehen, wie ihr gesagt habt, und dann ihn freilassen. Okay, schau. Da ist also nur eine Wand. Zieh an den Griff, Alter. Sie werden sich öffnen. Nur ein bisschen feste, Alter. Es ist 20 Jahre alt. Jemand war hier nie unten. Können wir ihn geöffnen? Juhu, es ist eine drehende Wand. Ja, was auch immer, Alter. Mann, du kannst ihm vertrauen. Vielen Dank. Zelle Nummer 31. Richtig. Komm schon. Clint, ich sehe dein Schloss. Behalte dich, lass uns gehen. Ein Schloss? Lass dich jetzt überhaupt öffnen? Nein. Natürlich, wir sind doch im Gefängnis. Hier lässt sich alles öffnen. Und was ist das? Noch ein Tunnel hier? Sieht aus wie ein lebenslängliches Gefängnis, Leute. Das ist echt krass. Ja, komm rein. Zieh dich um, was du willst. Oh Mann, echt schlimm hier. Ich glaube, das ist so eine Art Keller. Hier stinkt es nach Müll. Oh, richtig. Das ist der Müll. Es ist Keller. Natürlich, der Müllkeller ist das hier, Mann. Wäre ja klar gewesen. Na gut. Müll, Müll, Müll. Oh, Igitt, wie dreckig das hier ist. Da ist nichts. Wieso hast du Akzess anzufassen, Mann, Siröge? Na ja, er ist schon tot. Ich habe eine Art Gips gefunden. Vielleicht ist es ja der Abdruck zum Schlüssel der Schlosses dahinten. Sehr gut möglich. Also Siröge, wenn du das Wachserskelett anzufassen, dann komme ich vielleicht in den Papierkorb. Wir brauchen Pappe und ein Messer, um den Schlüssel aus Gips auszuschneiden. Ah. Das passt uns nicht. Das ist aus Holz. Oh, ich sehe ein Messer hier unten. Und ich habe schon die Hälfte von allen gefunden. Jetzt fehlt nur noch ein Stückchen vom Karton. Und hier ist auch der Karton, Leute. Komm, lass uns ausschneiden. Ah, du bist ein Meister darin, Dinge mit deinen Händen zu machen. Also, leg los. Also, zuerst schneiden wir ein kleines Rechteck aus. So. Das ist perfekt. Das passt richtig gut. Ich glaube, du schaffst es. Ja, so. Es hat geklappt, Leute. Lass uns ihn ausprobieren. Jetzt direkt. Los geht's. Es stinkt schon. Siröge, es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Und jetzt weiter. Los geht's. Wow, dreh dich. Dreh das Lenkrad, behal dich. Bevor jemand hinter uns ist. Es ist genau wie in dem Film. Ich habe so ein Ding gesehen. Wenn es so einen Innenraum auf der Seite und einen Innenraum auf der anderen Seite gibt. Die Wand dreht sich und dann ist es so, als erst nichts passiert. Versteckte Tür. Das ist so cool. Wo sind wir überhaupt hingekommen? Schau, eine Art Kleiderschrank. Eine Garderobe. Richtig. In der Garderobe gibt es immer etwas Interessantes. Okay. Leer? Ein leerer Schrank in einem Papiergefängnis. Nein, das ist nicht so. Warte. Nein, nur ein Kleiderschrank. Ich traue meinen Augen nicht. Ein leerer Kleiderschrank in einem Papiergefängnis. Aber was ist das? Oh, das ist ernst. Vielleicht ist das eine Art Kopfhörer. Guck mal. Wer zum Teufel weiß das schon. Vielleicht ist das ein Telefon. Es sind keine Tassen hier. Mist, schau, das ist eine Art Aufsatz. Warte mal. Lass mich das mal sehen. Oh, das ist eine Art Handschuh. 100 Prozent. Eine Art Schlauch. Sieh mal den anderen an. Ich werde sehen, was drin ist. Kubikoff, warte. Bist du sicher? Irgendein Wasserström hier raus. Warte, Kubikoff. Mist, das sind meine Hände. Okay, es gibt keinen anderen Ausweg, Leute. Aber das ist das Einzige, das überhaupt drin ist. Ich will da nicht wieder reingehen. Die Kleider sind irgendwie... Sie sind ein bisschen... Es ist eine Art Waschmittel, Vorschussmittel. Ich will es nicht, Kubikoff. Oh, es funktioniert. Das ist eine Art Getreibstoff. Kubikoff. Es ist eine Art mechanischer Arm. Oh, Leute. Ich kann dich gerade spüren. Die zweite. Seht mal. Die Farbe der zweiten Flüssigkeit ist ruhig. Na, fast. Okay, und? Jetzt geht's los, Kubikoff. Und? Und? Was fühlst du? Okay, lass uns versuchen, den Schrank zu knacken. Oh, Kubikoff. Ich kann die Türen nicht sehen. Ich will nicht zurückgehen. Fühl mal, wo die Wände leer sind. Oh, da ist dein Zimmer. Also. Bazu geendet. Zweiter Schlag. Kubikoff. Puppen sie ein bisschen mehr auf. Mehr Kraft. Alles klar. Strom hier rein. Okay. Hintergefühl. Oh. Fantastisch. Kubikoff. Schluss mit diesen Panzerfausten. Bringt es zurück. Das ist es. Steig ein. Oh, ich weiß, was das hier ist. Sireka, komm her. Das ist der Identifikationsraum hier. Schau mal, hier gibt es einen Drucker, einen Laptop. Sireka, schau mal. Hier ist sogar ein Skizzenprogramm zum Zeichnen. Übrigens, ist dir aufgefallen, wie oft wir ins Gefängnis geschickt wurden? Ja. Ich habe eine Idee. Lass uns jetzt in unseren Fällen in der Datenbank suchen und lass uns ein paar falsche Skizzen anfertigen und unsere Bilder durch die Skizzen ersetzen. Genial. Und dann werden wir nur noch sehr schwer zu finden sein. Komm schon. Okay, also ich erschaffe mich selbst und dann erschaffst du dich selbst. Also, zuerst die Ohren. Ich werde riesige Ohren haben. Wieso ein Elf? Und dann ist es mir leicht, überlege, gibt es so eine Person wirklich und sie wird erwischt. Nein, das ist dann nicht schon unser Problem. So. Und dann sollten wir ihm vielleicht noch eine Kartoffelnase machen. Oh, schau mal, das wird doch richtig gut aussehen. Wieder von Kampierkauf. Haha. Ja, Mann. Das wird gut aussehen. Also, die Augenbrauen müssen auf jeden Fall nett sein. Damit es schade ist, ihn in den Knast zu schicken. Und die Lippen ein bisschen hinterhältig. Und die Haare lassen wir so. Und kein Bart. Und so sieht er dann richtig gut aus. So wie ich. Also, er sieht mir kein bisschen ähnlich. Also habe ich mich abgesichert. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt lade ich in die Datenbank hoch und ersetze mein Bild durch diese Skizze. Ich habe es. Das ist es. Ich habe es, die Röger. Jetzt machst du es. Ha. Clint, schau. Ich bin 200. Ich frage mich, ob es Zentimeter oder Millimeter sind. Okay, ich komm. So. Lass uns den Kopf machen. Haare? Nein, ich mag keine Haare. Ich möchte bedrohliche Augen machen, damit er gerade ist. Ich kann sehen, dass er ein Krimineller ist. Ich habe Pickel hinzugefügt, damit sie gerade und lang aussehen. Ich habe schon lange keinen Erwachsenen Pickel mehr gesehen. Okay, Clint. Was musst du hier tun? Sub. Hey, komm. Ich zeige es dir. Das ist der Sirurga. Gib mir ein High Five. Ich verstehe. Wir kriegen das schon hin. Sirurga, das ist natürlich alles sehr cool, aber wir dürfen nicht vergessen, warum wir hier sind. Wir müssen entkommen. Oh, die Tür. Sie ist offen. Und du hast doch eine andere Tür. Aber irgendwie ist die unheimlich. Ich geh da nicht rein, Mann. Clint, wovor hast du Angst? Du nimmst das schon Kletters mit deinen Händen hinein. Ach, wirklich? Sirurga, was machst du da? Ich glaube, ich habe deinen Club verwischt, Clint. Ja, dann drück ihn doch. Die Tür hat sich geöffnet. Kletter hin durch. Boah. Clint, geh durch. Oh, warte mal. Sieh mal das an. Das ist eine Art Stromgenerator. Oh Mann, ist das cool. Und alle Knöpfe und die Schalter. Sieh mal. Jemand hat ein Sandwich hier gelassen. Das bedeutet, dass jemand hier war. Und vielleicht sogar bald zurückkommt. Wir müssen dringend von dir weggehen. Am besten sofort. Okay, ich kann die Tür sehen. Aber es steht unter Strom. Und woher weißt du, dass sie unter Strom steht, Mann? Das werden wir jetzt überprüfen. Sieh mal, es ist gebraten. Und ist das lecker. Okay, okay. Also der Draht steht unter Strom. Aber wir müssen ihn irgendwie abschalten. Wie? Lass uns versuchen, vielleicht noch einen Knopf zu finden oder so. Verdammt. Nichts funktioniert, Mann. Schau. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh. Das wird uns bestimmt helfen. Wir werden es einfach kurz schließen. Das ist doch eine gute Idee. Und der Draht werden wir selbst abschneiden. Oh, gut. Zieröger, geht zu der Seite. Und Leute, macht es auf keinen Fall zu Hause nach. Macht das nicht. Lass das Beste die Eltern machen. Okay. Also ich denke, der Schwarze kommt hier oben dran. Okay. Und ich denke, der andere kommt hier... Hat es geklappt? Ich weiß es nicht. Schau mal, was wir nicht bemerkt haben. Das ist doch ein Ampermeter. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Einen Moment. Also, wenn der Pfeil auf Null steht, hat es funktioniert. Aber es ist doch auf Null. Das bedeutet, es kein Strom hier drauf gibt. Es funktioniert. Wir können weitermachen. Los geht's. Sie röger. Ist das die Waschküche oder was? Ja, das ist sie. Die Wäscherei. Was ist da drin? Oh. Oh. Das sind, ja, Ströpflingslacken. Boah. Das stinkt, Alter. Hier noch eine Waschmaschine. Oh. Okay. Hier sind ein paar Hemden. Das müssen die von Werther sein. Ah, fürs Rendezvous. Ich denke schon. Irgendeine Art von Hose. Willst du dich nicht wenigstens wie eine Person anziehen? Nee, die stinken, Alter. Also, was ist hier drin? Oh. Was da? Schau mal, Alter. Nein, nein, nein. Zurück, Alter. Okay. Das war's. Sonst nichts. Oh, schau mal. Eine neue Waschmaschine. Wer eine geringe Schaf bekommen, werden wir ja bestellen. Komm schon. Komm schon. In Ordnung. Das ist genug. Okay. Oh. Oh, es funktioniert. Okay, alles klar. Pass auf. Wir fliehen tatsächlich aus dem Gefängnis, okay? Das bin ich gar aufgefallen. Sie ist aber geschossen wie immer. Irgendeine Idee? Vielleicht gibt es irgendwo ein paar Chemikalien, mit denen man die Kitter auflösen kann. Pulver, eine Art hat zu tun. Nicht sichtbar. Hier gibt es einen Dampfer. Nee, einen Dampfer. Kann ich nicht mit dem Rost umgehen? Oh, das ist eine geile Idee, Alter. Das machen wir für den Mob. Verstehst du? Komm schon. Schau mal, Alter. Ich habe sowas in den Filmen gesehen. Wir können aus dem Mob einen Hebel machen, Alter. Und dann können wir das Gitter herausziehen. Verstehst du? Und was braucht man dafür? Wir brechen den Mob in zwei Hälften, Alter. Und dann machen wir ihn nass. Ach. Hast du viele Jackie Chan Filme gesehen? Aha. Auf keinen Fall. Ein perfekter Treffer. Vlad, gib mir den nassen Lappen. Okay, ich schlage ihn raus. Oh, nasser Lappen. Die Hose ist gewaschen. Jetzt schau, steck deine Hose durch die Gitterstäbe. Hier, schau mal. Das habe ich noch nie gesehen, Leute. Kein einziges Mal. Wir binden einen Stock dran. Ein weiterer Vorteil Filmszuschauens. Wenn man ins Gefängnis geht, kann man einige Dinge von dort anwenden. Leute, warum schreibt ihr nicht euren Lieblingsfilm in die Kommentare? Wenn ich mir etwas ansehen will, werde ich auf jeden Fall diesen Clip verwenden. Wow. Auf keinen Fall, Kubikoff. Wow. Du hast den ganzen Kopf erwogen. Physik ist das Thema. Kubikoff, du bist ein Tyrant. Ach, bitte. Ja, lass uns gehen. Oh, was ist das hier? Das sieht aus wie so eine Küche. Schau dir das mal an. Alle möglichen Tische, Essen, einen Knopf hier. Wo, 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 wo. Stopp. Ey, schau mal. Hier fliegen die leckeren Sachen nur heraus. Sag mal, willst du? Komm schon. Gut, ich werde mal nachsehen, was es sonst noch hier gibt. Ähm. Genau, also hier gibt es Tische. Hier kann man essen. Und was ist das denn hier? Das ist so eine A-Tür. Und sie lässt sich natürlich nicht öffnen. Hm. Da sind Drähte dran. Es gibt also kein Strom an der Tür. Und deshalb geht die Glühbarne auch nicht an. Okay, Glend. Ich habe das in der Schule durchgenommen. Um Strom zu bekommen, brauchen wir eine Zitrone und eine Kartoffel. Richtig. Ich sehe hier aber keine Zitrone. Kartoffeln. Es gibt Kartoffeln. Und wie? Einfach Drähte in die Kartoffeln stecken? Nein. Natürlich nicht, Glend. Wir brauchen noch Eisenstifte. Gut. Dann lass uns hier mal suchen. Also Eisennadeln. Also nach der Tatsache zu urteilen, dass es ein sehr komplexer Mechanismus ist, denke ich, dass hier irgendetwas sein könnte. Zirurger? Solche hier? Ja, ja. Die sind toll. Genau. Zwei Eisenstifte. Ich weiß nicht, wie es sich das ausgedacht hat. Aber schauen wir mal. Okay. Ich glaube, wir brauchen längere Drähte. Oh, 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 oh. Wow. Zirurger. Okay. Ich denke, das sollte reichen. Oh, was machen wir jetzt damit? Festhalten. Okay. Wir nehmen eine größere Kartoffel. Die stecken sie auf eine Seite hinein. Okay. Das Wichtigste ist, Freunde, dass ihr das zu Hause auf keinen Fall wiederholt. So, jetzt ein Kabel hier und das andere hier. Und die Glühbirge sollte jetzt angehen. Also, einfach jetzt anstecken. Ja. Eins, zwei, drei. Juhu, es hat funktioniert. Gib mir ein Gefällt mir, wenn du nicht wusstest, dass man aus einer Kartoffel Strom gewinnen kann. Okay, das war's. Aber wir brauchen jetzt keinen Strom mehr. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Gent, das sieht nach ziemlich scharfen Sachen aus. Wow. Das sieht ja aus wie Gioti. Wir müssen rechtzeitig durchkommen. Oh, Miss Zirurger. Das sieht echt gefährlich aus. Ich glaube, ich schaffe es auch. Oh Gott, Biko. Ist das ein Panzer oder was? Sieht so aus. Was macht ihr denn hier im Gefängnis? Vielleicht ist es überhaupt eine Militarbasis. Warum hat das kein Schießrohr? Vielleicht ist es ein Mobkorb. Ah, genau. Oh, komm schon. Lass uns die Mündung einbauen, sie aufladen und versuchen die Wand zu durchbrechen. Wir müssen erst mal sehen, ob er überhaupt funktioniert. Dann lass sie uns reinstecken. Oh, hier sind Netzwerke. Ich nehme den Schlüssel. Jetzt komm schon. Okay, ich glaube ich habe es. Hält es? Es hält. Dieser Schraubenschlüssel ist zu groß. Wir brauchen einen kleineren. Das ist es. Die Mündung ist sehr, sehr, sehr fest eingestellt. Okay, ich steige ein. Und du fütterst die Munition. Es sind zwei Patronen hier. Aber es sieht aus wie ein Bleistift. Aber es ist Munition. Lade bereit. Ja. Okay, rein damit. Jetzt kommt der zweite rein. Das ist es. Die Munition ist in der Mündung. Okay, ich starte jetzt. Raufschau. Eins. Zwei. Drei. Feuer. Funktioniert nicht. Mist. Warte. Die Sensoren zeigen an, dass das Benzin auf Minimum ist. Da ist also der Kaniste. Sogar. Äh. Äh. Benzin stinkt. Komm, füll auf, Alter. Ich komme. Okay, Benzintank. Ich schütte rein. Okay. Sollte für eine Sicherung reichen. Kubikoff, start mit dem Motor. Oh, oh. Yes. Anderkan. Jetzt geht's los. Versteck dich. Ich schieße jetzt. Schieß. Ich bin in dem anderen Raum. Mach schon. Eins. Zwei. Meine Ohrenkling, was war das? Ein Loch in der Wand. Ich habe ein Loch in der Wand. Kubikoff, du bist ein Kopf. Hat vom Wasser ein Loch in die Wand geschossen. Das ist es. Komm schon, komm. Was? Da sind ein paar Äxte drin. Oh, oh. Äh, ich werde da nicht reingehen. Naja, es ist genau wie bei den Quests, wo man die Zeit berechnen und schnell durchkommen muss, bevor die Axt runter geht. Oh, ich glaube nicht, dass es so schwierig ist. Soll ich anfangen? Los. Los. Okay. Äxte. Okay, Schlag. Hoch. Runter. Zwei Sekunden. Hoch. Runter. Und. Hoch. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh. Oh. Der ist noch ein Axt. Köpikoff. Köpikoff. Los. 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 Und. Ich bin weg. Oh. 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 Das war gefährlich. Wo sind wir gelandet? Oh, das ist der Innenhof oder so. Oh. Oh. Du kannst hier ein bisschen pumpen. Pfff. Ist es schwer oder was? Unmöglich zu heben. Wie schwer ist es? Und wieder zusammenheben. Oh. Leute. Schau mal hier. Sergei. Das ist Glent. Das ist Glent. In der Gelutine. Glent. Glentig. Komm schon. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Wie ist es gefährlich gewesen sein da draußen? Wenn ich so drüber nachsehe, hatten wir einen richtigen Panzer. Wir hatten mechanische Arme. Was ist mit euch? Wir hatten elektronische Kartoffeln gehabt. Oh. Okay. Was machen wir hier, Leute? Wo sind wir hier? Hier ist irgendwie sicher. Aha. Glemmzugsteine. Nun. Wie wäre es mit deinen Leitern? Komm schon. Ich zeige dir, wie man sich hochzieht. Wie hast du... Wie hast du es gemacht, Sergei? Die wiegt eine Tonne. Ja. Okay. Sergei ist generell ein seltsamer Mann. Und wie viele Glemmzüge schaffst du? Fünf Mal. Fünf? Abonnenten, wie viele Glemmzüge schafft ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich denke, ich werde fünfze Glemmzüge gemacht. Nee, ich schaffe so etwa zwölf. Nun, gucke ich. Darf ich das beantworten? Du darfst auch nicht antworten. Okay. Und ihr Abonnenten, antwortet in den Kommentaren. Okay, Leute. Wo sind wir eigentlich? Ich sehe frische Luft. Da fliegen Fügel hier rum. Die Freiheit. Aha. Okay, Leute. Ich sehe hier eine Tür. Keine Chance. Oh, ey. Lass uns die Langharte benutzen, um die Tür einzutreten. Oh, Mann. Das ist hier schwer. Zeroga, versuch das. Was meinst du mit schwer? Sie ist leicht. Naja, versuch es mal auszuschlagen. Nein, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen ihr einen harten Schlag verpassen. Versuch es hart zu schlagen. Mess. Oh, Leute. Was ist das hier? Irgendein Schild mit Driefen? Mein Gott, Glenn, sei vorsichtig. Wegen dir können wir sogar hier Driefen gefangen sein. Jetzt wird es eine Art wie Beschwemmung gegen Feuer, die Wände werden zusammenziehen. Das ist das, was ich im letzten Teil gemacht habe. Okay, du hast es geschafft. Lass mich das versuchen. Und? Was hast du da gemacht, Mann? Ich glaube, ich bin in Ordnung. Leute, die Tür hat sich geöffnet. Wie ist das überhaupt möglich, Mann? Wenn der Computer nicht funktioniert, muss man den Harz schlagen. Das stimmt. Leute, seht euch das. Was ist das überhaupt? Das ist eine Art riesiges Auditorium. Lass uns das schnell überprüfen. Mann, dieser Ort ist fantastisch, Leute. Es sind sogar ein paar Bänke hier. Mikrofon. Hallo, Leute. Wow, ich möchte einen Track machen. Gülen Köbikow. Gülen Flot bei Bierchen. Gülen Köbikow. Mann, das ist so cool. Die Akustik ist cool. Ich wollte schon immer mal Gitarre spielen. Mach weiter. Gib uns ein Like. Leute, stellt das Auditorium ein. Gib uns ein Like. Oh. Und schau, wie ich Gitarre spielen kann. Oh, na, Sirioge. Geh lernen. Geh hin. Geh hin. Oh, Mann, die Akustik. Schau, diese Lautsprecher. Oh, Leute, ein Klavier. Komm schon. So. Was ist denn hier los? Ah. Sirioge, hast du den Wachmann wieder geschlagen, oder was? Ich habe etwas überstürzt reagiert. Leute, die Verstärkung muss unterwegs sein. Lass uns schnell die Tür belegadieren. Mit allem, was wir finden können. Hol die Lautsprecher. Hol das Klavier. Leute, ich kann nicht. Komm schon. Komm auf mir. Ah. Leute, nehmt das Klavier. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Leute. Tür. Das könnte ein Wind nach draußen sein. Es gibt keinen anderen Ausweg. Komm schon. Beardung, beardung, beardung. Auf geht's, auf geht's. Ja. Leere Raum, Jungs. Hier gibt es überhaupt nichts. Was ist das für ein Gag? So, es gibt für alles einen Grund. Leute, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Nein, das kann ich nicht. Leute, schaut. Diese Wand ist leer. Dahinter ist etwas. Hört zu. In Ordnung, schaut. Hier ist ein Ausgang. Oh. Es ist eine Art Geheimraum. Leute, das sieht sehr nach einem Kontrollraum aus. Es ist eine Art Kontrollraum. Ihr wisst schon. Um die Flugzeuge zu beobachten. Komm mir, komm. Hilf mir. Ich bin drin. Komm, komm. Leute, lasst uns sehen, was hier ist. Okay, hier gibt es einen alten Computer. Das ist der Kontrollraum für das ganze Gefängnis. Vlad, Vlad, wir müssen den Gefangenen befreien, Alter. Ja, richtig. Zimmernummer? 31. Das war's. Ich hab's geöffnet. Ja. Und tschüss. Nimm ich mit. Das ist nicht so nett. Kleiner Hund. Was hat man sonst noch hier? Das sind Saugnäpfe. Mit diesen Saugnäpfen könntest du wahrscheinlich das Glas absaugen und es herausholen. Da ist eine Hubschraube. Vielleicht können wir mit dem Hubschrauber hier herauskommen, Leute. Okay. Kannst du es fühlen? Die frische Luft der Freiheit. Da ist eine Matrasse zum Draufspringen. In Ordnung, Leute. Ich bin der Erste in der Freiheit. Los, komm. Okay, ich bin weg. Und. Oh. Oh. Komm schon. Bist du okay? Oh. Serio, ja? Okay, alles gut. Ja. Leute, schnell in den Hubschrauber. Das ist ein echter Hubschrauber. Kann überhaupt jemand von euch fliegen? Ich kann es. Hallo zusammen. Mein Name ist leider für Gelernt Kirby Kopf. Und heute filmen wir 100 Tasten unter Wasser und nur eine wird dich retten. Ja, ja. Das ist genau dieses Video, in dem uns unterschiedliche ekelhafte, widerliche, schreckliche Verlustigkeiten auf den Kopf gestellt werden. Und ja, Leute. Ihr habt das Richtige gehört. Unter Wasser. Wir haben unsere Boxen verbessert. Und heute, während des ganzen Videos, solange wir in den Boxen bleiben, über diesen Schlauch wird Wasser in Boxen fließen und sich mit allen widerlichen Ingredienzen zusammenmischen. Um nicht bis zu Ohren und Hälsen in dieser Ekelhafte mit Schreizzuschränkung zu bleiben, muss man schnell wie möglich wischenswerte Taste Aufgang finden. Und ihr Leute, drückt bitte ganz tolle Abonnieren-Taste unter diesem Video. Dadurch wird es für uns deutlich angenehm, in den Boxen zu sitzen. Also Leute, tu es jetzt. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon bemerkt habt, wir sind zu dritt. Aber es gibt nur zwei Boxen. Also, spielen wir bis zum ersten Sieg. So, das ist das wichtigste Störer-Schein-Papier an mein Leben. Oh. Eins, zwei, drei. Nein! 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 Ich steig in die Box ein. Die Chance ist 50-50. Du bist einfach wie ein offenes Buch für mich. Eins, zwei, drei. Nein! Ja! 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 Jeg! Ja! Ich nehme diese Box. Oh man, egal. Ja! Steig ein. Alter, ich bringe dir gleich eine Leiter. Na, Halluchen? Ich will es nicht. Komm schon. Mach es für die lieben Abonnenten. Für das Drücken auf die Abonnieren-Taste müssen Sie hier durch gebildet, die Plattformen bedankt werden. Auf geht's, Leute. Lasst auch euren netten Like unter diesem Video. Den haben wir uns wirklich Mühe gegeben, um solche coolen Boxen zu konstruieren. Die müsst ihr übrigens eine halbe Tonne Wasser aushalten. Also, legen wir los. Jungs, ich habe euch eine Leiter mitgebracht. Okay, danke. Okay, habt ihr schon selbst geschafft. Na gut, ihr seid drin. Dann lasst ihr vier auf alle Fälle. Oh, Bro. Fühlt sich wie eine kleine Einzimmerwohnung. Ja, so studentenmäßig. Ich würde schon gleich auf eine der Tasten drücken, aber ich darf noch nicht. Übrigens, Mann, wir haben doch nicht entschieden, wer zuerst drückt. Ah, bitte nicht dich, bitte nicht dich. Eins, zwei, drei. Ja, ja, du, was ist das denn? Ja. Danke dir, danke dir, danke. Keine Ahnung, an welchen Gott glatt bettet, aber ich fange an. Also, Jungs, seid ihr bereit, oder was? Ja. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Moment, warte, warte. Das Wasser. Wasser. Verdammt, ich habe schon selbst vergessen. Was meinst du? Es läuft, das Wasser. Es läuft, nein. Und, wie fühlt es sich an, na? Ich spiele die Temperatur, das war es noch nicht. Also, drück jetzt auf den Knopf, Alter. Ich fange von unten an, mit diesen grönen Tasten hier. Jeden Knopf ist ein Ingredienz zugewiesen. Hören wir zu. Hoi. 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 Klingt echt wie ein Geschenk, Mann. Echt gut. Bringt mir Hoi. Servus. Hallo. Fang an. Du kannst hier eine Mütze benutzen, Alter. Mist, es wird sich ja noch mit dem Wasser zusammen mischen. Oh, ist ihr das hier im Hühnerstall bei dir? Aber Hoi hat noch einen sehr großen Vorteil, dass das restliche Wasser absorbieren wird. Ja, es muss nur eine halbe Tonne Wasser absorbieren. Ist nicht so viel. Mist, Hoi. Habe ich Glück gehabt. Ich wollte es nicht so mit dem Samenlosen anfangen. Okay, ich fange auch unten an. Also, legen wir los. Es macht mir Angst, Mann. Also, ich wähle das Richtige aus. Komm schon, komm schon. Äh, ich wähle die hier. Hören wir mal. Shield. Ein Shield? Shield wie Kacke? Äh, ich weiß nicht. Und erst kriege ich so einen Arm, bevor der Kacke auf den Kuckeschild. Nein, nein. Shield. Das soll Shield heißen. Glenn, entspanne dich. Mach dir keine Sorgen. Das ist wirklich ein Shield, mit dem du dich eine Runde verteidigen kannst. Oh, das klingt echt nicht schlecht. Oh Mann, sehr gut. Wie weißt du es? Also, er hat einen Bonus bekommen und du nicht, Alter. Das Wasser fließt weiter hier rein, oder? Bei mir ist das Wasser schon, aber wir hören mal ein Knöchel. Ja, ist es warm oder was? Das Wasser könnte wärmer sein. Na, Alter, tut mir leid. Drück mal eine andere Taste. Ich drücke alle unter zuerst, weil wenn sie unter Wasser gefahren wären, wäre es ja nicht einfach, die zu erreichen. Ich drücke. Pilotenhelm. Ein Pilotenhelm. Was sind denn das für Bonusse? Gut gemacht. Dicker Alter. Jo, wirklich ging gehabt, Leute. Hier, nimm. Aber du behältst du für eine Runde. Vergiss das nicht. Hoppla. Oh. Weiter geht's. Glenn, du bist dran. Äh, ich weiß nicht. Es macht mir Angst. Ich nehm den Klopf hier, den grünen hier. Schaut. Maisstäbchen. Was für Dreck? Richtig geile Flips, Alter. Auch nicht schlecht. Nein, das ist gar nicht cool. Die werden sich doch hier am Wasser auflösen und stinken, Mann. Vergiss nicht, dich mit diesem Schild zu beteiligen. Stimmt, ja. Ich hab ja ein Schild für eine Runde bekommen. Alter, bist du bereit? Ja. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Yeah, yeah. Nein, nicht viele. Hey. Was machst du da? Die werden sich doch alle aufblasen. Nein. Nein. Das ist noch nicht alles, Alter. Zweite Packung. Fang. Äh, was? Nein, Mann. Komm, es ist schon genug. Verdammt, mein Häuser ist schon nass und ich kann das Wasser mit meinen Hintern spüren. Gib das Schild zurück. Ja, bitte. Nimm ihn. Ich will ihn sowieso nicht mehr haben. Oh, ist das eklig. Sie sind schon ganz nass und aufgeblasen. Schau dich das an. Mann. Nicht cool. Lott, gepärter, entscheide dich. Ich denke nach, ich denke nach. Nur mir gefällt das Orange hier. Also ich drücke es. Die Brühe. Oh, das ist gut. Es wird ihn schwarz machen. Tee, Brühe, Alter. Jetzt machen wir nicht so einen Tee, Dicker. Ich frage mich, ob sich mein Wasser in Tiefhöhe anfühlt, wenn es dunkler wird. Oh, wow. Ist es warm? Bist du bereit? Ja. Gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran. Du bist einfach ein Fallstandsspringer, der am Misthaufen gelandet ist. Was ist das? Mein Wasser wird langsam dunkler. Schaut es euch an. Verdammt, zu was wird das zum Ende des Videos vermandelt. Rühr es um, Alter. Dann wirst du Tee bekommen. Gib mir den Helm zurück, Mann. Gib den Helm zurück. Das tue ich. Verdammt, hat mir so viel geholfen. Jetzt ist alles fettig. Es schwindet alles in Fett. Nun ja, der Geruch ist hier dasselbe wie in der Sauna. Verdammt, ist für sich so schnell auf. Glant, los. Drück den Knopf. Ich will dir den Knopf aus. Der ist fast total Wasser hier. Komm schon. Skittles. Skittles. Ja, geil, 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 geil. Oh, Leute, wir wurden noch nie von den harten Sachen getroffen. Du verstehst, dass wir diese Philosophie halt nicht loswerden, oder? Ich verstehe. Pien, vergiss nicht, dass ein Stückchen von Skittles ein ganz wenig wiegt. Ey. Und wenn es viele davon gibt, ein ganzer Eimer, Alter. Warte, warte, ich sag dir, wenn ich bereit bin. Au. Das war nur ein Test und jetzt kommt der Rest. Warte, 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 wirst du nicht. Hier ist noch Rest, Alter. Es reicht, es reicht, Mann. Es reicht. Schaut euch nur, was mit diesem Maistapin von Glant passiert ist. Das Lustigste ist, dass sie wirklich gut riechen. Mir gefällt das, Mann. Wirklich, echt. Ja, aber erst jetzt lösen sie sich im Wasser auf und wandeln sich zu Zucker. Klebrig, eklig. Naja, genauso wie du es magst. Ja, ich liebe es. Jetzt ist Flattland. Komm, auf geht's. Los, komm. Ich hab diese gedrückt, ich hab die hier gedrückt. Es ist immer noch lila da. Komm schon. Drück, komm. Cola. 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 Ja, jetzt wird er 100% in der Brau- und Flüssigkeit sitzen. Voll geil, Mann. Ich bin in einem Haus. Ohne Warnung, Alter, hier. Ey, schau mal, was aus dem Skittles geworden ist. Wow. Die sind einfach weiß. Ich, ich hab's gesehen. Ah. Oh nein. Oh, mein Gott. Wow, oh, oh, oh. Und wie ist es? Ja, es ist süß, was bedeutet, dass es bald klebrig wird. Ach, wie geht's. Glärt ist wie in einem Kessel mit einer Art Grieß. Also, eigentlich ist es hier drin schon schrecklich. Es ist fettig und die Skittles knapfen mir den Hintern gar nicht gut, Mann. Kommt es rein? Nun, es bleibt so am Po kleben. Leute, verdammt nochmal. Glint, das ist kein Schiss, Mann, schnell. Also, ich will dir diesen hier, den Orangenen. Los geht's. Juppie. Juppie. Nein, 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 nein. Bitte nur nicht so etwas, nein. Ich hasse das Kopf schon nicht, Mann. Es wird klebrig sein. Es wird farbig sein. Und er wird auch klebrig sein, weil Juppie süß ist. Nein, nein, nein. Bitte nicht, nein. Komm schon, es ist Zeit für alles Flüssiges auf deinem Kopf. Und das ist nicht flüssig, Alter. Das ist Juppie, das ist Pulver, es ist sehr stark färbt, wirklich. Juppie-Pulver, ich dachte, es wäre schon verdünnt. Oh, wow, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Juppies gesehen. Lecker, das ist echt, hm. Ist Luft schneller. Von hier kommt es auch runter. Wirklich, köstlich, es ist süße Luft. Wow. Ja, echt cool, Mann. Also, lasst uns weitermachen. Also, ich bin dran, wir müssen uns schnell zum Ausgang bewegen. Blau, nein, nicht blau, ja, blau, aber die hier. Handtuch. Das Handtuch ist ein Bonus. Mann, du nörst mich schon wieder, wieder kriegst du einen Bonus. Handtuch. Aber meine Luft ist dafür süß. Aber ey, Vlad, das Handtuch wird ungewöhnlich sein. Fang es. Hä? Das ist ein gepresstes Handtuch, das ich bei Kontakt mit Wasser entfalte. Aber sag mir, verdammt nochmal, wie kannst du dich hier verwenden? Du wirst dich mit einem stinkenden Handtuch abwischen, Alter. Hör zu, ich mach mir erst einen Hut. Das ist verboten, Alter. Spiel den Regeln nach, Dicker. Und übrigens, das Handtuch kriegst du nur für eine Runde. Kriwi Kov, ich werde erst in einem T-Book aufschreiben. Ich rinne mich nicht, ich strage auf. Na endlich, na endlich. Ich bin der Moderator und ich kann mich jetzt an ihn reichen, Alter. Schau, das hat sich so schnell entfaltet. Was? Yeah, yes, das hat sich entfaltet. Was ist denn das für eine Socke? Oh, oh. Ich mach dir jetzt einen Schal. Für eine Runde? Nur für eine Runde, dann so für eine Runde. Glend, mach weiter. Okay, mach ich. Es ist soweit, schaut mal, die erste Reihe, meine Knöpfe ist komplett unter Wasser. Bei mir auch, der steckt ja schon fest, oder? Also, ich will den hier. Dicker, mach weiter, komm. Mulch. Mulch? Urin? Nein, du bist selbst durch ihn, das ist Mulch. Was ist das anderes? Was ist Mulch? Davon habe ich noch nie gehört. Kurz gesagt, Glend, Alter, das ist die Rinde eines Baumes. Oh Mann, das wird wehtun. Warum meinst du, dass die einfach Rinde ist? Aber es ist eine besondere Art von Rinde, ist du Dummkopf. Vielleicht ist es besonders stinken. Nein, dann bitte nicht, ich will es nicht. Nein, ich denke, es wird wie Stäbchen aufgeblasen. Oh Mann. Kurz gesagt, Alter, fangen Sie alle auf einmal. Das war unangenehm. Puh, es stinkt, Mann. Ich fühl mich nicht wie so ein Traftrottel, Mann. Was soll das? Also, pass schon. Es heißt zwar kein Bulls, okay, ich bin bereit, weiterzumachen. Komm, du hast doch das Zug für eine Runde, also darfst du dir eine beliebige Beilage aussuchen, Alter. Komm. Wir müssen höher gehen, ich möchte etwas ausprobieren. Vielleicht gibt es oben etwas Besonderes, Schenkendes. Das ist der höchste Knopf, wie ich sehe. Oh, das Handtuch ist fast runtergefallen. Oh, und? Spaghetti. Spaghetti. Oh, Mamma Mia, Italiano, Spaghetti. Auf dem italienischen YouTube gibt es anstatt ein Like und solche Gäste. Mamma Mia, mua. Und was jetzt? Komm schon, ich würde gerne was essen. Äh, äh, ruhe. Au, ist das alles? Au. Nein, es ist nicht nur einmal die Hälfte. Ah, verdammt, Schau, meine Box werden sich langsam. Fangen wir jetzt eine große Menge. Oh mein Gott, die kann man stark chinesische Stäbchen verwenden. Cooler Lifehack. Und, KB Kopf, wie ich sehe, hast du deine Meckenspaghetti oder was? Was zum Teufel ist auf mich gerade gefallen? Kann man das auf ein visiertes Sitz verwenden, oder? Wir trügen jetzt nicht, okay? Ja, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, ey. Ja, es gefällt mich. Ich fühle mich nicht einsam. Und ich bin voll im Fett. Ich hätte nie gedacht, dass Spaghetti umarmt und mich beruhigen werden. Hey, gib aber das Handtuch rüber, ja? Ja, übrigens, gib mir das Handtuch zurück. Leute, meine zweite Knopfreihe ist schon unbeschwemmt. Ah! Len, komm, Alter, jetzt bist du dran. Ich mag das Orangene hier. Leckerbissen für Hunde. Leckerbissen für Hunde. Yay! Fang! Ja, KB Kopf, bitte, sei vorsichtig, okay? Okay. Au! Oh, Mann. Au! Au! Okay, Alter, fang den Rest auf. Äh. Eigentlich sieht es wie ein Bonus aus. Also, ich denke, ich drücke Enki Pinki. Die haben die Krüte gegessen. Enki Pinki, du. Dieses Orange hier. Hot Dogs. Hot Dogs. Hot Dogs, Decker. Wow, da sind noch Ruhrwürste drin hier. Uah. Und sie sind nass geworden. Nun, ich hoffe, sie sind nicht auseinandergelegt. Au! 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 Oh, das ist ja, wow, sie schwimmen. Fisslos. Voll in Ordnung. Glenn, komm schon mal. Also, ich werde den hier wählen. Plastiktüten. Plastiktüten? Nun, ich denke, es hört sich nach einem Bonus an. Es renkt davon ab, ob die Tüten gefüllt sind. Also, Plastiktüten heißt Plastiktüten. Hauptsache, die sind leer. Vorher darf doch mal bitte. Fang, Alter. Los. Oh, ja. Ey, schau mal, echt. Und die sind sogar noch leer. Ey, setz dir nicht auf den Kopf, sonst nehme ich es dir weg, Alter. Also, jetzt mache ich weiter. Hinkie, Hinkie, Halt, Gönne, gegessen. Hinkie, Hinkie, Du. Ketchup und Mayo. Ketchup und Manis. Yeah. Jetzt fügen wir ein bisschen Soße zu deinen Hot Dogs hinzu. Leute. Oh mein Gott. Was für Ketchup und Mayo. Ich habe mich so riesig gefroht, dass das Hot Dogs ohne Soße war. Bereit? Nein. Wie viel ist das? Ein ganzer Eimer. Nein. Und ich will das sehen. Oh mein Gott. Das war's, Alter. Jetzt sind die Hot Dogs vollständig. Leute, ich fühle mich großartig. Ich dachte mir schon, dass dieses Video ohnehin im Moment auskommen wird. Also, ich bin jetzt da. Nicht für den Knopf. Führenden. Ah, also mein GoPro wird in den Haugen getroffen. Schau. Leute, ihr habt Capture Meinungen im Gesicht bekommen. Wie geht es euch mittlerweile? Leute, ich bin so weit. Diese Knopfreihe ist schon unter Wasser. Okay, wir können später dazu kommen. Lass uns diese erst abschließen. Glenn, los geht es. Ich habe hier einen Knopf hinter meinen Rücken gefunden. Ich drücke drauf. Schaut mal. Inspirierende Poster. Inspirierende Poster, yeah. Äh, ist das ein Bonus? Das ist ein Bonus. Ja. Ein inspirierter Hot Dog vielleicht. Nein, danke, das inspiriert mich kaum. Glenn, du wirst es schaffen. Oh? Das bekommt mein Like. Und ihr Abonnenten ein Like für Glenn, Alter. Kann ich auch bitte Likes bekommen? Ich kann Basta mit euch teilen. Und kipp natürlich nicht auf, Alter. Danke dir. Vlad, A4. Nun, das ist eine wirklich starke Unterstützung. Trauben. Trauben. Das Wichtigste ist, ein paar Stücke zu fangen, bevor sie Ketchup und Mahl berühren. Was für gut aussehende Trauben. Wirf mir bitte zuerst ein Zweig. Oh ja. Uah, voll in die Soße. Einiges konnte ich retten. Okay, los geht's. Oh, hey. Viel Spaß, Alter. Es ist okay, mir gefällt alles so weit. Glenn, komm jetzt. Mentos mit Cola. Mentos mit Cola. Wie bitte? Du wirst doch komplett mit Schaum bedeckt sein. Oh. Wir haben Cola. Wir haben Mentos. Glenn, hier, nimm deine Cola. Ja. Und jetzt schüttel ich ein paar Mentos rein. Okay. Neige dein Gesicht über den Eimer. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Das wird doch nur mit einer Flasche. Fett, Alter. Hier ist doch gar nichts passiert. Nichts ist passiert. Na dann, schüttel ich selbst auf dich. Ey, nein. Gieß weiter. Ich hab noch mehr Cola. Wenn du dich nicht nass machst, dann gieß ich noch mehr. Ich hab dich, Alter. Okay. Eins, zwei, drei. Los. Gut gemacht, Mann. Oh, tut mir leid. Dann behalte es für dich. Wie eklig. Enten. Enten. Haha. Jetzt werden wir Enten in deine Box reinlassen. Ja, sind keine lebendig, oder? Das weiß ich noch nicht. Gluck. Äh. Äh. Wie egal. Also, jetzt müssen wir sie alle auf. Au. Das war's, Alter. Viel Spaß. Enten, Enten. Jetzt bin ich dran. Also, schau mal, die Lila, die hier will ich wählen. Reis mit Sojasauce. Reis mit Sojasauce. Das Sushi kommt in unser Spiel. Reis mit stinkender Sojasauce. Oh nein. Ein Eimer Reis und ein Eimer Sojasauce. Nein, nein. Das wäre zu viel. Nichts. Schaut euch an, wie hoch das Wasser gestiegen ist. Es ist schon auf der gleichen Ebene mit dem Glas. Glenn, schau dabei lieber runter, Alter. Wie lecker. Dieses Spiel gefällt mir sehr, Alter. Ich gebe keine Kommentare dazu ab. Es stinkt hier drin so. Oh Mann, nein. Na ja, na ja, ja. Oh, direkt hinter meinem Rücken. Es ist genau hinter mir. Fünf Liter Wasser. Fünf Liter Wasser. Oh, Santa Lucia. Santa Lucia. Das ist ein Bonus, dem mir helfen, keine Dinge ein bisschen abzuwischen und meinen Kopf etwas sauber zu bekommen. Der hier sehe ich aus. Sehr gut. Das würde ich nicht so sagen. Fünf Liter Wasser auf Flatt A4. Oh. Mein saftes Gel. He, 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 he. Dann kannst du es nicht langsam machen, damit ich mein Gesicht waschen kann. Oh nein, ich wollte es nicht so machen. Ja, also, was ist da los? Grämmt. Nein, ich forse nicht. Ich habe keine Ahnung. Nur gleich, Alter. Drück auf den nächsten Knopf, Mann. Ich werde euch drücken. Also, welche soll ich wählen? Also, ich denke, aus irgendeinem Grund mag ich die blaue Farbe. Und sie bringt mir immer irgendwie Glück. Ich drücke jetzt drauf. Also, komm, bitte, bitte, sei gut, bitte. Sand. Sand, Mann. Verdammt, Sand. Nein, nein, nein. Ein wenig Dreck für dich hier. Warte, ich bin doch nicht bereit. Hier, komm, jetzt mach schon. Eins, zwei, drei. Ah. Oh nein, was machst du da? Was soll das machen? Das war's. Komm, ich zum Vlad, Alter. Meine Frage. Das ist so eklig. Geh zum Vlad, schneller. Oh, Mann. Hast du überhaupt bemerkt, wie hoch das Wasser gestiegen ist? Ja, sehe schon. Sehr hoch. Es ist furchtbar, hier drin zu sein. Äh, so, 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 so. Ich hab auf diesen Blumen gedrückt. Diesen, diesen, den gesund ist. Shampoo. Shampoo. Verdammt, das hätte umgekehrt sein sollen. Ja, Shampoo, dann Wasser. Augen zu. Komm schon, ganz ruhig. Oh, Shampoo, Shampoo. Es ist vorbei, wasch dich jetzt ab. Wow, geil, Bruder, ey. Gehen wir zurück zu Glenn. Das Wasser kommt immer höher und höher. Also kommt, Jungs, ihr müsst schneller den Ausweg finden. Es ist wirklich schon zu viel Wasser hier drin. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Dich erwähne ich. Kuchen. Kuchen? Warum hab ich denn immer so ein Pech, Mann? Oh, Mann. Was war das? War das schon gewesen? Das ist ja ein Bonus sozusagen. Naja, und das riecht ganz okay, Alter. So, du kannst daraus sogar Schaum machen, weißt du das? Ja, ist klar, wirklich, Schaum. Als Kind hab ich das immer an der Badekirche gemacht. Oh, Mann, gleich wird's heiß werden, ja. Äh, äh, äh. So dachte man das überhaupt so? Nee, aber der Entschließt ist auch cool. Also eigentlich schaut das nicht so besser an. Merkt euch das, Leute. Nun, das war's, Alter. Werden Knopf, Mann. Ich wähle dieses hier. Mehr Salz. Mehr Salz. Das klingt sogar richtig entspannend. Es kommt mir wie Spi-Behandlungen vor. Oh, es ist blau, so schön. Wie schön. Oh, meine Güte, das sieht richtig schön aus. Warte, hab sogar Glück gehabt, würde ich sagen. Hör zu, ist sogar gesund in dieser Kiste zu sitzen. Es gibt Schaum und Salz und Enten. Ich hab hier so ne Art Abwasserkanal, Mann. Geh wir mal zu Glend, Alter. Glend? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich drücke eins unter Wasser. Also? Gelee. Gelee? Verrückt, Alter. Gelee. Äh, ich hab schon nen Kuchen bekommen. Jetzt Gelee. Was soll das? Du kriegst Nachttische. Ah, 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 ah. Äh. Glend kriegt den ganzen Tag über irgendwelche Nachttische. Ich bin heute mehr für die Küche zuständig und kommt mir für das Badezimmer. Ich habe jetzt Gelee unter den Füßen. Es fühlt sich echt, als würde ich um ner Qualle stehen. Pfuh, ah. Glend, schau wie viel Schaum ich gemacht habe. Wow, hast du alles mit den Hemden gemacht? Echt cool. Ja, deine Technik ist einfach großartig. Merkt euch das, Leute. Also, dieser Knopf da oben. Schleim. Schleim? Ja, das soll doch ein bisschen lustig sein, ja. Schleim ist immer geil, Leute. Ein Like für Schleim im Voraus. Ja, Mann. Es fühlte sich einfach so, dass es wie ein Umhalt auf mich gefallen. Aber ich dachte, es wird grün sein. Du bist so gut und cool. Und es ist lila. Auch lustig. Ja. Du bist der Nächster. Schaut, was für einen kleinen Riss es noch hier gibt. Bald werde ich Grün gar nicht mehr sehen können. Ich kann dich überhaupt nicht sehen, Mann. Das Was ist immer noch so gleichmäßig gefühlt. Also, lasst uns diesen Knopf hier wählen. Den hier. Fischleim. Was? Was ist das denn? Was soll das denn sein? Warte, keinem Kopf, ich bin nicht bereit. Oh, ich weiß nicht, aber warum stinkt es fürchterlich? Was ist das denn? Leute, ich kann euch gar nicht den Schmerz übertragen, den ich gerade fühle. Es ist einfach unbeschreiblich. Er stinkt so sehr. Wirklich, Mann, er stinkt. Leute, ich kann euch nicht mit dem Bildschirm sagen, wie es riecht, aber schaut euch einfach die Konsistenz an. Was ist das überhaupt? Schau her, das ist irgendeine Mayonnaise mit Fischstückchen. Ich lustriere mich ständig auf den oberen Knöpfen und habe immer noch etwa vier Knöpfe unter Wasser. Dieses hier. Kohle. Kohle, haha. Wie bitte? Kohle, Dicker, Alter. Was meinst du? Leute, verdammt! Ich möchte jetzt so gerne Wart sehen. Was ist das für eine seltsame Ingridien? Verdammt, ich muss jetzt wie ein Bergarbeiter aussehen. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wird mein Wasser sich schwarz färben? Langsam wird es. Stimmt. Und meine Elben sind auch schwarz geworden. Lass uns wieder ein Gleit besuchen. Lass uns gehen. Okay, ich bin dran. Lass uns etwas auswählen, Leute. Was soll ich denn wählen? Ich gehe mal unter Wasser und wähle den hier. Was ist das? Badebomben. Badebomben. Oh, wuhu. Verrückt. Richtig geglaubt. Was? Ich kann dich echt nicht mehr mehr sehen. Erst werfe ich nur einen rein, als Test. Komm schon. Hier geht's. Bitte nicht mehr. Das war's. Ich hab nichts mehr getestet. Fang. Die zischen ja gar nicht. Also, die zischen die nicht. Oh, doch. Schau mal. Das geht ab und die riechen gut. Oh, mein Gott. Hoffentlich habe ich die gut. Und das stinkt ja nicht so doll. Jetzt an den Badebomben. Weil es hier stinkt nach Fisch mit Bionis. Und die sind cool, Mann. Nun ja, der Geruch ist angenehmer geworden. Vlad, du bist dran jetzt. Schau mal. Bei mir steht das Wasser schon am Hals. Hör zu. Täusche ich mich oder ist dieser Wasser rückgestiegen? Also müssen wir so schnell wirklich hier raus. Damit ihr das nicht verstehen könnt. Die Paste liegt schon lange genug unter meinen Füßen. Und würde schon zum Teil ganz füllen. Ich kann, als würde ich da einen Sumpf laufen. Also, die Ahle habe ich schon gedrückt. Und diesen. Oh, schaut, ich wollte nur meine Hand heben. Hier. Also war Shampoo und hier. Seruf. Verdammt. Bei solchen Challenges mag ich ja nichts etwas Süßes. Weil alles sehr klebrig wird. Aber okay. Fang, Alter. Oh, es riecht so gut. Es sieht aus wie Süßigkeiten. Also Leute, meine Augen habe ich noch nicht geöffnet. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie ich es aussehe. Aber die Abonnenten sehen alles. Und ich, es sieht krass aus, Alter. Oh, und ich schille hier immer noch mit meinen coolen Badebomben. Es ist echt gut. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo ich wieder einen Knopf auswählen muss. Also, ich lasse euch hier und ich will in den Knopf. Also? Ich weiß nicht. Ich denke, der ist hier cool. Also. Wasserballons. Wasserballons. No, und lass uns etwas Wasser anzufügen. Nein. Der erste ist ein Test. Oh, das ist unangenehm. Oh nein. Noch einmal. Oh Mann. Ja, das war's, Alter. Und hier war es sogar noch kalt gewesen. Aber es ist dennoch irgendwie ein Bonus. Ich werde weiter mit dem Bopfen hier spielen. Gehen wir zu Vlad rüber. Ich habe noch ein paar Stücke da unten. Oh, hier einer. Ausgang. Was ist das? Ausgang. 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 Er kommt raus. Ja. Nein, 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 nein. Vlad. Na, endlich doch. Du verpasst mich nicht. Bitte nicht. Aber wo hast du die gefunden? Wo war der Knopf? Wo ist der Knopf, Mann? Ganz am Anfang habe ich mit diesem Knopf angespielt. Was zum Teufel, Mann? Verdammt, habt ihr es gesehen? Ich war so nah dran. Glenn, ich weiß nicht, ob du das gleich hast oder nicht. Aber mein nächster Button war ganz unten. Ganz unten? Leute, ich habe gewonnen. Steigst du jetzt aus, Mann? Ja. Leute, was ist das für eine Super-Evo, wo ich drin war? Verdammt, Glenn, komm schon. Komm so schnell wie möglich aus. Bei dir ist fast kein Platz mehr. Also, die Leiter. Glättlicher Mann, Alter. Ja, wisst ihr, was ich jetzt tun wollte? Ich will ins Wasser. Übrigens, früher haben die Menschen sich ständig in diesem Wasser gebadet. Hier werde ich mich also waschen jetzt. Schön. Also gut, geht zum Glätt, bevor er beschwimmt wird. Glätt wie ein Knopf. Schaut, wie viel Wasser hier drin ist. Das ist echt heftig. Oh mein Gott. Ich werde irgendwas bei den Füßen drücken. Vielleicht schaffe ich es ja hier. Also, komm. Kaffee. Kaffee. Nein, ich will keinen Kaffee. Man darf noch mal, bitte nicht. Len, fang mal. Ich dachte, er würde fertig gekocht sein. Verdammt, schaut mal, wie schön das aussieht, Jungs. Wow. Alter, was für eine Schönheit. Und der Geruch ist weg. Der Schlimme. Oh Mann. Verdammt, es geht über mehr Wasser. Ich muss direkt einen Ausblick finden. Also los, Leute. Wo ist denn hier der Knopf? Komm schon, Glenn. Drück den nächsten Mann. Ich weiß, dass ich noch nicht den Knopf links oder meinen rechten Fuß gedrückt habe. Also fangen wir mal an. Und ich hoffe, es ist da. Komm, er muss doch hier irgendwo sein. Der Ausgang. Also komm schon. Salzgurken. Was, verdammt? Salzgurken. Komm schon. Das ist keine Option. Verdammt, hier ist schon so viel Wasser, Mann. Mit Gurken, Alter. Soll das ein Witz sein, Mann? Dann genießt deine Zeit wahrscheinlich da schon. Ja, ich trinke Tee hier. Du hast diese äxte Part, ich verstehe es einfach nicht. Oh mein Gott, ich will ihn nicht raushaben. Ausgang. Der Ausgang. Der Ausgang, komm raus hier, Alter. Alles was, ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh, hier, schau mal, ein Stück Rinde. Oh, pfuh. Ich bin wie ein Ninja-Töttler, dass da keine Saison gekrochen kam. Oh mein Gott, schaut mal, wie viel Schrott da noch übrig geblieben ist, Leute. Ja, das ist eine Art Schleim mit einer toten Fliege drin. Einen Eintopf. Das ist die härteste Challenge, die ich... die ich jemals gemacht habe, Mann. Gott sei Dank, hab ich den Ausgang gefunden. Oh mein Gott. Nun, wir haben dieses Video fertig gedreht. Unser Ziel ist es, dass ihr Spaß habt und euch es bis zum Ende anschaut. Wenn euch alles gut gefallen hat, hinterlasst auf jeden Fall ein Like unter diesem Video. Nun, ich freue euch, mein Name ist Werder für Gelend, Kai Bekoff. Wir bemühen uns gerne für euch. Tschüss. Tschüss. Gelend, Gepiktoff, Gelend, Blattpapierchen. Gelend, Gepiktoff, Gelend, Blattpapierchen. Ich sitze in meiner Labe und nicht in deiner Kirche.